Hallo zusammen, ich bin's wieder Claudia und du bist auf Stellensuche. Ich habe dir gesagt, wenn du auf Stellensuche bist, im Moment, wo der Arbeitsmarkt überschwemmt wird, brauchst du Aufmerksamkeit. Dein CV wird innert acht Sekunden entschieden, ob er weitergeleitet wird oder eben nicht und deshalb ist es wichtig, aufzufallen. Schrift war ein Thema, dieses Mal gebe ich dir den Tipp, achte auf die Farben, die du wählst. Wenn du dich eher in ein Unternehmen bewirbst oder auf eine Funktion bewirbst, die klassisch ist oder die gehobener ist oder wertiger, dann wähle Farben, die dazu passen. Also nicht irgendwelche Pastelltöne oder zu bunt, sondern eben klassisch schwarz, dunkelblau oder auch braun, je nachdem, ob es auch traditionell ist, das Unternehmen. Hingegen, wenn du dich auf eine jüngere Branche bewirbst oder in einem Umfeld bist, wo das Produkt auch bunt ist, jung ist, auffallend ist, dann kannst du dich auch entscheiden für eine helle Farbe, wie zum Beispiel ein blau, ein helles blau, ein grün oder vielleicht sogar gewisse Sachen mit einem rot. So immer, dass es ansprechend ist für die Person, die das bekommt und entspricht der Stelle oder der Funktion, auf die du dich bewirbst. Viel Spass beim Bewerben wünsche ich dir und wenn du noch mehr Inputs willst, dann geh doch auf www.cv-check.career. Wir helfen dir gerne weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.